Naja, ich weiß nicht, ob du schon eine neue Beitragsrechnung für deine Kfz-Versicherung fürs nächste Jahr bekommen hast. Aber viele Autofahrer bekommen aktuell Post mit den neuen Versicherungsprämien für das Jahr 2025. Und das teilweise mit horrenden Preissprüngen. Welcher Versicherer da besonders hervorsticht, woran die erneuten Prämienerhöhungen liegen und was du hier konkret machen kannst, um Beiträge zu sparen, erfährst du in diesem Video. Bereits in diesem Jahr haben die Autoversicherer ja ihre Prämien spürbar erhöht. Doch was jetzt Focus Online berichtete, grenzt ja schon fast an Abzocke. Doch der Reihe nach. Michael C. aus dem Kreis Rosenheim traute seinen Augen nicht, die HDI verlangte plötzlich 80% mehr an Beitrag. Und das scheint kein Einzelfall zu sein, wie Berichte über diese Versicherung zeigen. Michael C. fährt einen VW ab mit 170.000 Kilometern auf dem Tacho mit einer Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern. Er ist Haftpflicht und Teilkasko-versichert. Und in 2025 soll das Ganze nun 715 Euro im Jahr kosten. Ganz schön happig, gerade im Vergleich zum Wert des Autos. Und besonders tückisch, die HDI schickte ihm nur eine normale Rechnung. Von einer Beitragsanpassung war nichts zu lesen. Das heißt, ob und um wie viel der Beitrag gegenüber dem Feuer steigt, kann sich der Kunde selbst ausrechnen. Und bei Michael C. geht es von 390 Euro auf 715 Euro nach oben. Das ist schon der zweite Beitragssprung in zwei Jahren in Folge. 2023 hat er noch 293 Euro bezahlt. Das wäre ein Plus von 144% in den zwei Jahren. Und bevor du hier irgendwas Krummes vermutest. Nein, er hatte keinen Unfall und die Typklasse ist sogar gesunken. Die HDI scheint in diesem Jahr tatsächlich ein unrühmlicher Sonderfall unter den Kfz-Versicherern zu sein. Wie das Magazin Versicherungsmonitor berichtete, habe die HDI bereits 2023 herbe Verluste in der Kfz-Versicherung eingefahren und versuche nun, quasi den Bestand zu sanieren. Und da sich an den Schadenaufwendungen kaum sparen lässt, probiert es die HDI eben mit drastischen Preiserhöhungen. Auch um auszutesten, ab wann Prämienerhöhungen zu einem deutlich veränderten Kündigungsverhalten der Kunden führt. Krass, oder? Und Beitragserhöhungen von 50% sind wohl keine Ausnahme. Die HDI hat diese Zahl nicht kommentiert. Begründete Beitragserhöhungen aber mit erhöhten Schadenaufkommen, steigenden Reparaturkosten weit oberhalb der Inflationsrate und teureren Ersatzteilen. Naja, irgendwie lässt sich das auch nachvollziehen. Allein im ersten Halbjahr 2024 entstanden in Deutschland im Kfz-Bereich rund 400 Millionen Euro Schadenaufwendung durch Sturm und Hagel. Klar, dass sich die HDI gegen diese hohen Zahlen wehrt. So stellt ein Unternehmenssprecher klar, dass die HDI eben nicht im Schnitt um 50% erhöht. Bei den allermeisten Künden würde die Steigerung im niedrigen zweistelligen Prozentbereich liegen. Hier direkt meine erste Frage. Bist du bei der HDI versichert und hast deine neue Beitragsrechnung schon bekommen? Um wie viel Prozent ist denn dein Beitrag geschiegen? Schreib es mir doch bitte einfach unten in die Kommentare. Und wenn du woanders versichert bist, sind deine Beiträge auch schon angepasst worden. Doch wir wollen hier kein HDI-Bashing betreiben. Denn auch Kunden von anderen Versicherern berichten über Erhöhungen von 30 bis 40%. Das Vergleichsportal Verivox berichtete, dass die Preise der Kfz-Versicherung im Marktschnitt aktuell 25% über dem Vorjahresniveau liegen. Allerdings buhlen die Versicherer weiter mit günstigen Angeboten um Neukunden. Das bedeutet, ein Wechsel kann sich durchaus lohnen. Denn, Zitat, günstige Tarife liegen derzeit im Marktschnitt 28% unter den Tarifen im mittleren Preissegment. Zitat Ende. Und das Ganze kommt von Verivox. Nun, worauf solltest du denn bei einem Versichererwechsel besonders achten? Klar kannst du deinen Vertrag zum Ablauf meist zum 1. Januar innerhalb von Monatsfrist kündigen. Wenn du aber eine Beitragserhöhung bekommst, hast du auch ein Sonderkündigungsrecht. Auch hier beträgt die Frist 4 Wochen nach Zugang der neuen Rechnung. Solltest du erst im Dezember von deinem Versicherer bei der Prämienerhöhung informiert werden, kannst du auch hier dein Sonderkündigungsrecht nutzen. Bei deinem neuen Vertrag solltest du auf folgende 3 Punkte besonders achten. 1. Die Deckungssumme. Die Summe, die dein Haftpflichtversicherer im Schadenfall übernimmt, sollte nicht zu niedrig sein. Denn alles, was im Schadenfall darüber hinaus ginge, müsstest du aus eigener Tasche übernehmen. Halte dich hier an der Höchstdeckung von 100 Millionen Euro. 2. Der Rabattschutz. Du weißt es, normalerweise steigt dein Versicherungsbeitrag nach einem Schaden. Mit dem Rabattschutz hast du in der Regel mindestens einen Freischuss. Allerdings nur bei deinem Versicherer. Hattest du nämlich in der Vergangenheit einen Schaden und wechselst den Versicherer, wird der dich vermutlich hochstufen. Und übrigens, selbst ohne Rabattschutz, besonders günstige Versicherer stufen in der Regel nach einem Schaden viel weiter hoch als andere. 3. Die sogenannte grobe Fahrlässigkeit. Bei einigen Policen verzichten die Versicherer darauf, auf grobe Fahrlässigkeit zu plädieren, etwa wenn du abgelenkt warst und deswegen einen Unfall verursacht hast. Trotzdem, Alkohol am Steuer oder grob fahrlässig herbeigeführter Diebstahl sind aber in der Regel trotzdem ausgeschlossen. Okay, du bist aber treuer Kunde deiner Versicherung und willst partout nicht wechseln? Dann kannst du natürlich die Beitragserhöhung zähneklärschend hinnehmen oder kannst trotzdem prüfen, ob du nicht auch bei deinem alten Versicherer sparen kannst. Der einfachste und naheliegendste Weg ist es, mit deiner Versicherung über die Prämie zu verhandeln. Und Versicherungsvertreter können tatsächlich manchmal an der Preisschraube drehen, wenn du sie darauf ansprichst. Aber es gibt noch weitere Stellschrauben, mit denen du deine Prämie senken kannst, denn die Versicherer ziehen bis zu 50 Faktoren für die Tarifberechnung heran. Klar hast du keinen Einfluss auf deine Regionalklasse, die ja von deinem Wohnort bestimmt wird, genauso wenig wie auf die Typklasse deines Fahrzeugs. Und auch bei deinem Alter kannst du nichts ändern. Andere Faktoren kannst du aber sehr wohl beeinflussen und deshalb hier direkt ein paar Tipps. Schäden selbst bezahlen Ja, ich weiß, das klingt paradox. Wozu bist du denn schließlich versichert? Aber die sogenannte Schadensfreiheitsklasse ist wohl der wichtigste Faktor deiner Versicherungsprämie. Und sie steigt mit jedem Jahr, dass du ohne regulierte Schäden zurücklegst. Lässt du aber einen Unfallschaden von der Versicherung bezahlen, wirst du im Folgejahr um mehrere Klassen hochgestuft und verlierst wichtige Rabatte. Deine Versicherung kann dir übrigens ausrechnen, ob es sich lohnt, Schäden regulieren zu lassen. Aber denk an folgende Faustformel. Es ist auf Sicht für dich günstiger, Schäden bis 2000 Euro aus eigener Tasche zu bezahlen. Und da sind wir auch schon beim zweiten Punkt. Und das wäre die Selbstbeteiligung. Denn durch die Selbstbeteiligung sinken die Versicherungsprämien teilweise enorm. So sparst du rund 28%, wenn du dich für eine SB von 300 Euro in der Vollkasko und 150 Euro in der Teilkasko entscheidest. Im Vergleich zu Tarifen ganz ohne Selbstbeteiligung. Und wenn du an den ersten Punkt denkst, würde ich dir empfehlen, in der Vollkasko eine Selbstbeteiligung von 1000 Euro zu vereinbaren. Dein Beitrag wird es dir danken. Die Werkstattbindung. Ich weiß, auch hier scheiden sich die Geister. Aber ich empfehle gerade für Fahrzeuge außerhalb der Herstellergarantie die Wahl der Werkstattbindung. Du sparst dadurch im Schnitt 12% auf deinen Versicherungsbeitrag. Und die Werkstattbindung greift dir auch nur bei einem Kasko-Schaden. Deine normalen Inspektionen oder Reparaturen abseits von Schadenfällen kannst du ja weiterhin in deiner Werkstatt durchführen lassen. Zu diesem Thema habe ich bereits ein Video erstellt. Schau einfach mal hier oben. Und zum nächsten Tipp. Überprüfe die von dir angegebene Fahrleistung. Denn weniger gefahrene Kilometer bedeuten letztlich ein geringeres Schadenrisiko und niedrigere Prämien. Und was nicht fehlen darf, ist natürlich der Klassiker. Die jährliche Zahlweise. Es stimmt tatsächlich. Wenn du deinen Versicherungsbeitrag jährlich zahlen kannst, anstelle von monatlich, sparst du auch hier alleine rund 6%. Und du solltest auch mal den Fahrradkreis überprüfen. Hast du immer noch beispielsweise Kinder als berechtigte Fahrer gemeldet, obwohl die schon lange ausgezogen sind und dein Auto gar nicht mehr nutzen, dann solltest du auch deine Kfz-Versicherung anpassen. Denn so spart ein Golffahrer beispielsweise satte 38%, wenn er sein 20-jähriges Kind aus dem Versicherungsvertrag herausnimmt. Und keine Angst, wenn dein Kind zum Beispiel im Urlaub dein Auto fahren will oder soll, kannst du es meist für einen gewissen Zeitraum kostenfrei eintragen lassen. Dann gibt es noch den Altersaufschlag. Senioren und Seniorinnen haben statistisch ein höheres Unfallrisiko und die Kfz-Versicherer reagieren darauf mit entsprechend höheren Prämien. Aber auch hier kannst du geschickt reagieren. Wie? Das zeige ich dir im oben angezeigten Video. Und es lohnt sich. Dein Einsparpotenzial beträgt nämlich um die 50%. Tja, das war heute wieder ein längeres Video. Aber ich denke, der eine oder andere Tipp kann dir wirklich helfen, Geld zu sparen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Bleib positiv, bleib produktiv, bleib unfallfrei und vor allem bleib gesund. Dein Thomas Schneider Dein Thomas Schneider